Das Kurhotel Svoboda befindet sich in einer ruhigen und friedlichen Gegend von Marienbad, die auf beiden Seiten von Nadel- und Laubwäldern umgeben ist. Die Hauptkolonnade des Kurortes ist nur 280 Meter entfernt. Das Hotel verfügt über 101 Zimmer in den Kategorien Komfort und Suite. Dazu gehören auch mehrere Zimmer für körperlich gehandicapte Gäste. Obwohl es sich um ein 3-Sterne-Hotel handelt, bieten die Zimmer eine breite Palette von Annehmlichkeiten wie WLAN, Safe, Kühlschrank, ein komfortables Bad mit Haartrockner und teilweise auch einen Balkon. Kleine Haustiere können gegen eine zusätzliche Gebühr in das Hotel mitgebracht werden. Die Vollpension umfasst Mahlzeiten in Buffetform. Es wird tschechische und internationale Küche angeboten. Die ausgewogene Ernährung verbessert die Verdauung und liefert alle notwendigen Nährstoffe, Spurenelemente und Vitamine. Wenn Sie spezielle Diätvorschriften, Allergien oder Sonderwünsche haben, wenden Sie sich bitte an das Restaurantpersonal und gerne werden alle Wünsche berücksichtigt. So gibt es zum Beispiel vegetarische, kalorienarme, glutenfreie und Diabetiker Kost. Alle Untersuchungen und Heilprozeduren werden im Palladio Spa Center durchgeführt. Das Heilzentrum ist mit dem Kurhotel durch einen warmen, überdachten Korridor verbunden. Insgesamt gibt es mehr als 20 Behandlungsräume mit einer breiten Palette von Anwendungen wie Heilwasserbädern, verschiedene hydrotherapeutische Verfahren, medizinische Massagen, physiotherapeutische Behandlungen, Torfpackungen lokaler Herkunft, Elektrotherapie, Inhalationen, Gasinjektionen, trockene Kohlensäurebäder mit Erdgas und vieles mehr. In der Freizeit können die Gäste das Schwimmbad mit Massagedüsen, den Whirlpool, die finnische Sauna und die Dampfsauna benutzen. Ebenso einen Fahrradverleih, Nordic Walking und Skiausrüstung. Ihr Auto können Sie gegen eine zusätzliche Gebühr sicher auf dem Hotelparkplatz abstellen. Buchen Sie das Kurhotel Swoboda zum besten Preis auf sanatoriums.com